Ihre Füße in guten Händen. Bei Bobinger Schuh fühlen sich Kunden auf Anhieb wohl. Das Unternehmen entspringt einer langen Tradition, welche die Schuhmacherfamilie bereits seit 1675 pflegt. Der heutige Betrieb wurde vor über 60 Jahren gegründet und liegt im Zentrum Bobingens. In den Verkaufsräumen finden Damen und Herren ein breites Sortiment namhafter Schuhmarken, das für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden kann. Zusätzlich erwartet Sie eine tolle Auswahl an modischen Accessoires. Inhaber Xaver Bobinger liegen seine Stammkunden sehr am Herzen und deshalb bietet er Ihnen als besonderen Service die Möglichkeit, die Schuhe Ihrer Wahl sogar zur Anprobe mit nach Hause zu nehmen. Gemäß dem Motto Zeit für einen guten Schuh sind die Mitarbeiter um jeden Kunden bemüht und begeistern mit fachkundiger sowie freundlicher Beratung. Bobinger Schuh – hier macht Einkaufen Spaß!